Ich begrüße euch sehr herzlich heute zur ersten Folge Foto2Go, wo ich einfach eine 360-Grad-Kamera mir oben auf meine Sony-Kamera schnall, um euch mitzunehmen an die Fotomotive, die ich mache. Das hat ganz einfach den Vorteil, dass ich schnell und flexibel so eine Folge abdrehen kann. Zwar in schlechterer Qualität, aber trotzdem habt ihr einfach den Rundumblick darüber, was ich mache. Und ihr seht schon, wenn ich euch jetzt mal nach vorne schwenke, ich bin an einem Mohnblumenfeld. Und das Wetter ist, wir würden sagen schlecht, aber es gibt ja kein schlechtes Wetter. Es gibt nur die falsche Einstellung dazu. Und die Einstellung heute lautet, wir werden ein Bild fotografieren mit einem aufregenden Himmel und einem trotzdem schönen Vordergrund. Da bin ich hier gestern mal ein bisschen vorbeigejoggt und habe mir gedacht, Mensch, das wäre doch mal ein schönes Motiv. Das liegt zwar jetzt nicht wunderbar, so wie ich mir das wünschen würde. Also ich würde mir jetzt wünschen, dass die Mohnblumen noch so ein bisschen in den Hang rauf gehen, weil dann hätten wir die besser auf dem Bild drauf. Also das ist nicht so besonders toll, aber trotzdem, der Himmel ist heute sehr beeindruckend. Es regnet so ein bisschen und das ist heute auch die erste Lektion, die ihr lernen könnt. Fotografiert nicht nur bei schönem Wetter, sondern gerade ein bewölkter Himmel kann das Bild sehr beeindruckend ausfüllen. Stellt euch vor, der Himmel hinter mir wäre jetzt sonnig-blau. Natürlich wäre das ein schönes Schönwetter-Motiv, klar. Aber das kann ja jeder. Wenn der Himmel bewölkt ist, der ja vielleicht sogar einen Großteil oder die Hälfte unseres Bildes einnimmt, dann kann das bedeuten, dass das Ganze einfach wesentlich aufregender ist, weil wir die Struktur der Wolken auch noch haben. Und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen einfach mal jetzt an die Location ran und machen ein paar Fotos. Und der Vorteil ist, ihr könnt immer mal mir aufs Display schauen und seht dann, was da überhaupt rauskommt dabei. Und anschließend gibt es auch immer einen Teil, wo wir das Ganze dann mal in Lightroom bearbeiten, damit ihr auch seht, was man da so rausholen kann oder wie ich das bearbeiten würde. Das macht ja auch jeder anders. Wenn wir die Mohnblumen jetzt von hier aus mal betrachten, dann seht ihr schon, wenn wir eine flache Perspektive wählen würden, dann haben wir den Nachteil, dass die Mohnblumen, ja, die werden flach. Also wir haben nicht so viel von den Mohnblumen drauf. Deswegen würde ich heute eine erhöhte Position nehmen. Ihr seht das, von oben sehen wir einfach ein bisschen mehr von den Mohnblumen. Und dann, ich springe mal hier über den Graben, dann würde ich einfach hier näher rangehen und dann, ja, machen wir mal ein paar Bilder. Zu beachten ist natürlich auch immer der Vordergrund. Und dass wir hier rechts eine Straße haben, da müssen wir mal gucken, inwiefern die dann überhaupt störend auf dem Bild sein wird. So, wie ihr vielleicht auf dem ausgeklappten Display jetzt schon erkennen könnt, haben wir jetzt wieder einen sehr hohen Dynamikumfang. Das bedeutet, wenn wir das Bild so belichten, dass die Mohnblumen schön hell drauf sind, dann würde uns der Himmel hoffnungslos ausbrennen. Außerdem müssen wir natürlich auch immer, da wir aus der Hand fotografieren, die Verschlusszeit beachten, die wir hier vorwählen. Denn wir haben jetzt hier ein 24-70 von Sigma drauf. Der Hersteller ist natürlich wurscht. Aber ihr seht, ich kann jetzt hier sehr flexibel, und das liebe ich auch in der Landschaftsfotografie, ein 24-70 ist da sehr gut. Auch gerade zum Wandern mit der Familie, da kann man schöne Porträts machen. Gerade mit F2.8 kann man das toll vom Hintergrund freistellen. Aber auch in der Landschaft ist man hier sehr flexibel. Mit der F2.8 kann man nicht nur Sterne aufnehmen, sondern auch wirklich dann schöne Dämmerungsbilder mit der Landschaft machen etc. Und ihr seht schon, das ist natürlich entscheidend für unsere Verschlusszeit. Normalerweise hat man früher gesagt, man nimmt den Kehrwert davon. Das heißt, 24 mm würde dann bedeuten, wir dürften bis zu einer 25stel gehen, ohne dass wir verwackeln, wenn wir die Kamera stillhalten. Ihr seht, ich habe jetzt mal eine 25stel eingestellt. Ich habe aber auch noch zusätzlich den Steady-Shot an. Das heißt, das Bild wird zusätzlich stabilisiert. Aber trotzdem, aus Sicherheitsgründen würde ich jetzt trotzdem, dass wir einfach keinen Verwackler haben, mal auf eine 50stel gehen. Wie gesagt, wenn ich mit einer 24 mm Brennweite fotografiere, gehe ich auf eine 70. Da müsste ich mindestens eine 70stel einstellen sozusagen. Und dann würde ich wahrscheinlich mindestens eine 100stel vorwählen. Natürlich können wir kürzere oder längere Verschlusszeiten aus der Hand halten. Aber es soll jetzt erstmal darum gehen, wie es in der Theorie funktioniert. Okay, was stelle ich bei der Blende ein? Bei der Blende stelle ich eine sehr geschlossene Blende ein, denn dann haben wir mehr Schärfentiefe. Wir haben dann nicht nur den Vordergrund im Idealfall scharf, sondern auch den Hintergrund. Und da müsst ihr natürlich auch immer so beachten, je näher das Motiv im Vordergrund ist, desto mehr schafft ihr das nicht mehr, dass auch der Hintergrund scharf wird. Auch wenn ihr auf eine F22 geht, klappt das dann nicht mehr. Aber was dann so ein kleiner Trick ist, wir fokussieren natürlich nicht die erste Blüte im Vordergrund an, sondern wir fokussieren so ins erste Drittel rein, so ungefähr alles, was so ab drei Meter ist, fokussieren wir dann. Und dann haben wir entsprechend eine Schärfe in den Vordergrund, aber auch nach hinten in den Hintergrund. Und aus Erfahrung heraus würde ich sagen, dass wir da mit einer Blende 16, das ist schon sehr geschlossen, und dann nimmt schon langsam die Schärfe des Objektivs wieder ab. Aber mit einer Blende 16 haben wir hier eine gute Leistung zwischen Schärfe im Vordergrund und Hintergrund, aus Erfahrung. Und jetzt seht ihr, das Bild wäre damit viel zu dunkel. Der Himmel wäre jetzt zwar korrekt belichtet, ihr seht das, hier steht 0,0, aber das Problem ist, sobald ich nach unten schwenke, steht hier minus 2 und das blinkt, das heißt, das ist viel zu dunkel. Wir müssen aber darauf achten, dass der Himmel korrekt belichtet ist, denn diese wunderschöne Struktur mit den Lichtern würde uns später dann in Lightroom ausbrennen oder beziehungsweise wir müssen das Bild etwas unterbelichten, damit uns die Lichter im Himmel erhalten bleiben, kurz zusammengefasst. So, jetzt würde ich aber nicht auf 0,0 gehen. Ich würde jetzt schon sagen, wir gehen jetzt mal mit der ISO so weit hoch, dass hier der Himmel so leicht überbelichtet, also mit 0,3 vielleicht, weil diese Spitzen da hinten, die dürfen auch rein, es weiß sein später. Und dann seht ihr, dann ist der Vordergrund immer noch sehr, sehr dunkel, aber durch das wir eben im RAW fotografieren, ich schaue mal nach, wir machen jetzt hier das unkomprimierte RAW, da hat ein RAW schon bei der Sony A7R 3 82 MB, aber wir sind hier heute mit der A7 III unterwegs, da sind wir dann irgendwo so bei 40 MB, glaube ich. Und jetzt machen wir das einfach mal, jetzt machen wir ganz unkonventionell mal ein Foto. Ich nehme absichtlich eine etwas steilere Pose, damit ich ein bisschen von dem Weißen im Vordergrund mit drauf bekomme, dann setze ich das Fokusfeld einfach irgendwo hier hin und setze die obere Linie auf den Horizont, damit wir wieder eine 2 Drittel, 1 Drittel Aufteilung haben und dann machen wir einfach mal ein Foto. Das Ganze können wir jetzt noch damit optimieren, weil ich natürlich von vornherein schon, aber das ist, ich mache es extra erst mal so, damit ihr merkt, man kann auch so fotografieren ohne Zusatzequipment, ich habe aber auch noch einen kleinen Ass im Ärmel und zwar ist das das M10 System, von was ich hier vorne drauf habe, das ist einfach ein Filterhalter, und wir könnten jetzt einen Verlaufsfilter einschieben. Das hat den Vorteil, dass wir den Vordergrund viel heller belichten können und später das Bild einfach qualitativer ist, weil nicht so viel Rauschen entsteht. Denn wenn ich jetzt beim RAW einfach dann den Vordergrund aufhelle, dann ist das zwar wunderbar möglich, weil wir im RAW fotografiert haben, aber das hat eben zur Folge, dass wir bei den Mohnblumen etwas mehr Rauschen hineinbekommen. Bei dieser Umgebungshelligkeit würde ich sagen, ist das nicht weiter tragisch. Aber wenn wir jetzt wirklich noch extremere Unterschiede haben und nehmen den Vordergrund zu dunkel auf und ziehen das dann später in Lightroom wieder hell, dann kann es eben sein, dass wir da viel zu viel Rauschen drin haben. Und um das einfach zu eliminieren, können wir uns Filter bedienen. Und zwar würde ich jetzt hier einen Verlaufsfilter nehmen, der den Himmel abdunkelt. Das heißt, ich kann den Vordergrund heller fotografieren. Und wir möchten den Vordergrund einfach heller haben. Deswegen gehen wir jetzt hier mal ruhig auf eine ISO 1000. Ich würde jetzt die Blende auch noch weiter öffnen, damit wir einfach mehr nicht so hohes ISO-Rauschen dann drin haben. So, und jetzt hätten wir ein korrekt belichtetes Bild im Vordergrund, aber der Himmel wäre natürlich viel zu hell. Und da kommt jetzt dieses Ass im Ärmel zum Tragen, das ich hier noch dabei habe. Ich habe hier nämlich einen Verlaufsfilter von Can of Concept dabei und den schieben wir jetzt mal vorne rein. Ich merke schon, die Folge wird wieder viel zu lang. Eigentlich wollte ich das viel kompakter halten, aber es gibt halt auch mal jede Menge zu lernen. Das Schöne ist, auf der 360-Grad-Kamera, die ich jetzt drauf habe, ihr seht genau, was ich tue. Es ist bloß immer so ein bisschen blöd, weil die Kamera natürlich auch schwer ist. So, und jetzt müsstet ihr unten im Display sehen, wenn ich das reinschiebe, wie der Himmel dunkel wird. Ja, das seht ihr, wie wunderschön dunkel der wird. Und somit erreichen wir wunderbar, dass der Vordergrund heller ist, aber auch der Hintergrund uns nicht ausbrennt. Und wir sehen jetzt aber auch, wir können ihn auch theoretisch so etwas verdrehen, sodass wir mehr so den hellen Bereich im Bild abdunkeln, dass wir hier so einen leicht schrägen Verlauf reinmachen. Und für meinen Geschmack ist er jetzt schon zu tief drin. Also die Mohnblumen werden jetzt schon abgedunkelt, das wollen wir nicht. Deswegen geben wir ihn wieder etwas nach oben und fokussieren wieder so ins Drittel rein und machen ein Foto. Natürlich könnten wir jetzt diesen riesigen Dynamikumfang mit weiteren Methoden in den Griff kriegen. Wir können jetzt zum Beispiel auch ein HDR machen. Das heißt, wir unterbelichten das erste Foto, dann machen wir ein normales Foto mit ausgewogener Belichtung und dann machen wir ein helles Foto und haben dann einfach ein HDR erzeugt, indem wir das in Lightroom übereinander packen. Das mache ich jetzt nicht. Das habe ich euch ja auch schon mal erklärt, aber das wollte ich jetzt noch erwähnt haben. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, hier ein anständiges Bild zu machen. Und ich würde sagen, das ist jetzt kein super Foto, aber ihr habt gesehen, ich bin jetzt hier ganz unkonventionell rangegangen. Ich habe jetzt einfach ein Bild gemacht und das bearbeiten wir jetzt in Lightroom. Und ihr entscheidet am Ende selber, ob das ein schönes Bild geworden ist oder nicht. Okay, wir sind jetzt hier in Lightroom und ich zeige euch jetzt kurz, was wir hier aufgenommen haben. Beim letzten Foto haben wir dieses Bild geschossen und das ist schon in der Belichtung sehr perfekt. Wir sehen auch, das Histogramm ist ausgewogen und überbrennt weder in den Schwarzbereichen noch in den Lichtern. Das sehen wir ja hier oben. Da ist ja schön Platz bei den Lichtern und auch hier im dunklen Bereich. Und ich zeige euch jetzt, wie wir aus diesem Foto dann dieses bearbeiten. Ich habe nicht so viel dran gemacht, aber doch einige Schritte, die vielleicht ganz interessant sein können für euch. Und vor Ort habe ich noch einige weitere Variationen aufgenommen, zum Beispiel dieses hässliche Bild. Ich habe einfach mal eine tiefe Position genommen. Das kann auch manchmal Sinn machen und sehr schön aussehen bei blauem Himmel mit weißen Wölkchen. Aber selbst dieses Bild können wir mit Lightroom doch noch zu einem ganz ansehnlichen machen, auch wenn es natürlich nach wie vor nicht perfekt ist, aber besser als so auf jeden Fall. Und ich habe noch so eine Variation geschossen mit 42 Millimeter Brennweite rausgesumt und habe das dann in Lightroom so bearbeitet. Aber das schauen wir uns jetzt nicht an, sondern wir konzentrieren uns nur auf das erste Bild. Öffnen wir das und ihr seht hier an den Reglern, es ist alles auf 0,0. Es ist nichts bearbeitet. Zuerst würde ich mich um den Weißabgleich kümmern, denn diesen habe ich einfach auf Tageslicht gelassen beim Fotografieren, denn durch das wir in RAW fotografieren, können wir den dann ganz nach unserem Geschmack einjustieren. Und da bietet sich natürlich jetzt hier das Grau der Straße an oder das Weiß der Pfeile. Und ich würde jetzt hier einfach die Pipette nehmen und einfach mal die graue Straße anklicken. Und damit haben wir im ersten Schritt schon mal grob den Weißabgleich korrigiert. Jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, ob euch das zu warm oder zu kalt ist. Und mir persönlich ist es zu warm. Ich würde jetzt hier den Weißabgleich etwas ins Kühlere ziehen. Hier vielleicht so auf den Ursprungswert von 5500 hat man ja. Also so in der Richtung würde es mir besser gefallen. Okay, die Helligkeit lassen wir in Ruhe. Die ist ziemlich gut ausgewogen. Wir reduzieren jetzt mal die Lichter und heben die Tiefen an. Dann aktivieren wir hier diese Begrenzungsschalter, damit wir sehen, wann Weiß ausbrennt. Das wird ja dann hier so rot eingefärbt. Und dann heben wir den Weißwert gleich mal so ein bisschen an, sodass hier gerade das Weiß im Himmel anspitzt. Und das Schwarz senken wir dann dementsprechend ab. Das wird dann blau maskiert. Also da würde ich gar nicht mehr so viel machen, sonst wirkt das Bild so düster. Gehen wir mal so auf minus 2 bis ja vielleicht irgendwo hier in dem Bereich. Bei Landschaftsaufnahmen mache ich das sehr gerne, dass ich die Klarheit herabsetze, denn dann sieht die Landschaft so pudrig-weich aus und nicht so hart ausgeleuchtet. Ihr seht das, wenn ich jetzt die Klarheit hochziehen würde, dann wäre das ein sehr harter Ton und die Mohnblumen verlieren ihre schöne Färbung. Wohingegen, wenn ich ihn reduziere, dann werden die so wunderschön pudrig-rot. Und meine Spezialität bei Landschaftsaufnahmen ist, dass ich den Vordergrund immer etwas die Klarheit nach unten ziehe. Also so nicht viel, einfach mal minus 10. Denn ihr seht, wenn ich jetzt das nach oben ziehe, hier nochmal in der Nahaufnahme, wie hart und hässlich diese Mohnblumen dann werden. Und die würde ich einfach so ein bisschen zum Leuchten bringen, indem ich die Klarheit hier etwas reduziere. Dunst entfernen können wir auch etwas anwenden. Das macht ja den Himmel so ganz beeindruckend, aber das düstert uns natürlich das Bild auch so ein bisschen ein. Also das würde ich hier so ganz zart auf Plus 5 heben. Und Dynamik können wir auch schon ein bisschen dazugeben, dass wir hier so ein bisschen mehr Farben drin haben. Jetzt gehen wir in die Feinarbeit. Und zwar ziehen wir jetzt zuerst mal einen Verlauf oben ein, der uns jetzt natürlich den Himmel wieder etwas in der Klarheit reparieren muss. Denn da haben wir jetzt ja erst mal gesamt die Klarheit runtergenommen. Warum der immer hier automatisch Plus 1 drin hat, ich weiß das nicht. Wer das mir beantworten kann, wie ich das zurückstellen kann, dass er hier nicht immer irgendeinen Wert abgespeiert hat, der kann es mir gerne mal in die Kommentare speichern. Da bin ich wirklich noch nicht dahinter gekommen. Und ich würde jetzt erst dem Himmel mal so ein bisschen mehr einen bläulichen Ton geben, indem wir einfach den so ein bisschen kühler ziehen. Das ist so ganz nach meinem Geschmack. Und dann haben wir natürlich Klarheit minus 10 in der Landschaft. Die holen wir uns hier wieder zurück. Aber ich würde es natürlich noch etwas übertreiben und hier durchaus ein bisschen drüber ziehen, denn Himmel verträgt durchaus Klarheit. Und das wäre es schon, was ich jetzt am Himmel machen würde. Und dann schauen wir uns mal diesen Bereich an. Und zwar durch das der Verlauffilter relativ weit hier so reingezogen wurde, ist mir hier die Mitte so ein bisschen abhandengekommen. Die ist mir zu dunkel geworden. Dann würde ich hier einfach das radiale Werkzeug nehmen, würde hier so ein Oval aufziehen. Das legen wir dann so rein, dass die Straße hier gerade so ein bisschen anspitzt. Wenn wir das lange halten, sehen wir ja, wie weich der Verlauf eingestellt ist. Und dann gehen wir hier in der Belichtung natürlich nicht auf 1, aber so vielleicht auf 0,5, damit wir hier einfach so ein bisschen mehr wieder das Licht zurückholen, das uns hier in der Mitte abhandengekommen ist, durch das wir den Verlaufsfilter vielleicht doch ein bisschen zu weit reingezogen haben. Außerdem würde ich die Mohnblumen nochmal separiert anfassen, indem wir hier einfach mit einer 50%igen Weichheit oder mit dem Wert 50 einfach mal die Mohnblumen nochmal maskieren. Ja, die maskieren wir jetzt mal einfach so in dem Bereich. Ruhig mal hier am Rand noch, da wo auch welche sind, und ruhig auch ein bisschen da hinten. So. Und da gefällt es mir jetzt ganz gut, das ist jetzt wieder auf 1 gestanden, und da gefällt es mir jetzt ganz gut, den Wert so ein bisschen ins Rötliche zu ziehen, weil die sind mir so ein bisschen arch-orange, diese Mohnblumen. Also so auf plus 18 vielleicht. Und die Helligkeit würde ich auch noch etwas anheben. Vielleicht nicht so arch, so 0,2 ist vielleicht hier ein ganz guter Wert. Und wie wir dem Bild jetzt noch ein bisschen mehr Charakter verleihen können, das machen wir ganz einfach, indem wir hier die hellen Stellen und die dunklen so ein bisschen beurteilen. Also ihr seht, wir haben hier so einen dunklen Fleck, wir haben hier so einen helleren Fleck, und wir haben hier vorne so einen dunklen Bereich. Und damit das einfach noch so ein bisschen mehr Tiefe bekommt, das Bild, würde ich jetzt diesen dunklen Bereich hier einfach noch ein bisschen weiter abdunkeln. Das machen wir auch wieder ganz normal hier mit diesem Werkzeug, indem wir einfach so die vordere Kante, dort wo der dunkle Bereich ist, einfach mal so ein bisschen anmalen, ja, so in dem Bereich, und aber auch ruhig die Ecke hier unten so ein bisschen, damit wir so einen leichten Vignettierungseffekt haben. Und hier unten am Rand würde ich die Kante nochmal so ein bisschen, damit wir so eine Stufe im Bild haben, würde ich die noch so ein bisschen mitnehmen. Und da gehen wir jetzt her und verdunkeln uns diesen Wert einfach mal so ein bisschen ins Minus. Das darf ruhig ein bisschen so auffallen, ja, ihr seht das, wir haben jetzt hier so eine wunderschöne Stufe drin, so eine Kante, die einfach nochmal hier betont, dass hier das Feld anfängt. Kann ich die unten im Eck noch ein bisschen malen. Und mit demselben Pinsel könnte man natürlich jetzt hier hinten auch, wo der hässliche Sportplatz ist, einfach hier auch so ein bisschen drüber malen, dass der auch so ein bisschen abgedunkelt wird. Ich zeige euch die Maskierung nochmal, so ungefähr. Das würde ich jetzt einfach mal so lassen. Ja, damit ist die Bearbeitung schon ziemlich am Ende und der letzte Schritt ist ja immer so ein bisschen, dass wir das Bild nachschärfen. Gehen wir jetzt einfach hier mal so auf eine 74, 73, gehen hier mit dem Radius ein bisschen hoch und dann halten wir die Alt-Taste und maskieren hier das Bild so ein bisschen, damit der Himmel nicht so sehr nachgeschärft wird. Und durch das wir ja sehr hoch mit der ISO waren, mit 1250 würde ich die Luminanz auch etwas hochziehen, dass das Rauschen entfernt wird. Und dann habe ich noch einen kleinen Trick für euch. Ihr seht, durch das Schärfen haben wir jetzt hier im Himmel trotzdem Bereiche geschärft, die wir eigentlich gar nicht haben wollen. Das hat dann immer so hässliche Rauschpixel. Und deswegen würde ich euch empfehlen, geht einfach wieder in euren Himmelfilter rein und reduziert das Rauschen, ja, auf einen, nicht so sehr, aber auf einen gesunden Wert. Und ihr seht, damit kriegen wir diese hässlichen Rauschtöne aus dem Himmel wieder raus. Am Schluss würde ich mich einfach nochmal um den Weißwert so ein bisschen kümmern. Zieht den ruhig mal so ein bisschen hoch, denn der bringt das Bild so zum Leuchten. Ich würde sagen, so plus 28, dass das nicht hier größer übertönt. Und dann am Ende könnt ihr natürlich euch auch entscheiden, ist euch jetzt der Weißabgleich auch wirklich ausreichend? Wollt ihr das vielleicht ein bisschen rötlicher haben? Übertrieben gesagt, ne? Das hat auch eine Stimmung. Also ich würde ihn so ungefähr lassen. Und damit ist die Bearbeitung dieses Bildes schon am Ende. Und mir hat es gefallen, dass ihr bei der ersten Folge Foto2Go dabei wart. Und mich würde es natürlich freuen, wenn ihr mal zu einer weiteren Folge wieder reinschaut zu mir. Euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!